Wir markieren ein paar Fahrer in Wilgen. Ich halte sie jetzt an. Zentraler, wir benötigen eine Straßensperre. E4, vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Okay, 1073 freigegeben. Straßensperren Einheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Zentrale, wir bitten um Genehmigung für Einsatz eines Nagelbahns. Verstanden, Nagelbänder zum Einsatz freigegeben. Der rechte Wartenschraßensperren kann uns die Festnahme verrunden. Wiederheben klar machen sie fest. Verstanden. Ich sehe einen Wagen, der mit hohem Tempo auf nicht zukommt. Identifiziere jetzt vier Stelle und Modell. Nagelwand einsatzbereit. Bestätige einsatzbereit ist Nagelwand an eurer Position. Bedächtiger fährt äußerst aggressiv. An aller Einheit in der Kommunikation. Nagelwand hat sie verfehlt. Nagelwand einsatzbereit. Nagelwand einsatzbereit. Der Typ will einfach nicht anbrechen. Ich gebe Gas nicht. Die Schraßensperren. Die Vergangenheit in der Vergangenheit. Vergesse und freines Verdichtigen an unserem Schirmlauf. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Diese IMP-Bewegung muss zählen, ich fände es aber ein. Der Dichtiger hat mich gerannt. IMP-Fielerfassung festgestellt, Ausweichmann über einleiten. IMP-Fielerfassung. Naseband hat viel nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. IMP-Einsatz berührt. Die Luftvertrückung haben einen beständigen Treffer. Zentrale Bitten im Genehmigen für IMP-Einsatz. Luftunterstütze müssen... Wir müssen ein Energieverschieger verletzen. Seid vorsichtig. Hier ist gerade einer vorbei gerast. Lasst uns mit der Tau an. Die Erfolgerung auf die. Vervollung eines Pagani. Zentrale Bitten im Genehmigen für IMP-Einsatz. Ernehmlich IMP zum Einsatz freigegeben. Verdächtiger ist jetzt im Wohngebiet von Memorio. Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zur Taube. Verdächtiger ist jetzt im Wohngebiet von Wunderen. Da ist es, dassi sich interessant ist.